Willkommen zur Lektion Wurzeln. Da die Wurzeln auf den Potenzgesetzen basieren, müsst ihr auf jeden Fall vorher die Lektion Rechnen mit Potenzen gesehen und verstanden haben. Dann können wir loslegen. Bei den Potenzen hatten wir gelernt, dass wir so etwas wie 3 mal 3 ausschreiben können als 3 hoch 2. Und 3 hoch 2 oder 3 mal 3 waren dann 9. Bei den Wurzeln hat man nur den Potenzwert hier hinten, die 9, und fragt dann, welche Zahl wurde denn mit sich selbst multipliziert, dass diese Zahl hier rauskam. Und um das anzuzeigen, schreibt man dann zweite Wurzel aus 9. Also hier hatten wir 3 hoch 2. Die 2 geht auf dieses Zeichen hier vorne rauf. Und die 9, die schreiben wir unter diesen Strich. Und zweite Wurzel aus 9 hätte dann den Wert 3. Man fragt also, welche Zahl muss 2 mal mit sich selbst multipliziert werden, damit 9 herauskommt. Und die Lösung wäre 3. Weil 3 mal 3 bzw. 3 hoch 2 9 ist. Noch ein Wort zu dem Wurzelzeichen. Wie ihr erkennen könnt, ist das hier eigentlich ein r mit verlängertem Ende. Und das Wort Wurzel kommt von dem lateinischen radix, was übersetzt Wurzel heißt. Und dieses Wort findet sich heutzutage auch noch bei Radieschen wieder. Die Wurzel. Man sagt übrigens auch für das Berechnen einer Wurzel Wurzel ziehen oder radizieren. Ihr könnt euch also vorstellen, wenn wir diese 9 haben, wollen wir auf ihren Ursprung zurück, auf ihre Wurzel. Und die ist in dem Fall 3. Wir können natürlich diese Potenz hier noch erweitern. Wir können jetzt zum Beispiel mal schreiben, 3 mal 3 mal 3. Dann würde hier 3 hoch 3 stehen. Und das ergibt 27. Und dann könnten wir schreiben, dritte Wurzel aus der 27 ist richtig, die 3. Weil 3 hoch 3 27 ist. Hier können wir jetzt nochmal 1 mal 3 dazu schreiben. Dann erhalten wir 3 hoch 4. Und das ist 81. Und na klar, jetzt müssen wir hier schreiben, vierte Wurzel aus 81. Und das ist wieder 3. Noch kurz ein Wort zu den Begrifflichkeiten. Diese Zahl, die hier vorne drauf steht auf dem Wurzelzeichen, die nennt man Wurzelexponent. Bei der Potenz hatten wir Exponent gesagt. Hier ist es der Wurzelexponent. Das hier unten, das war ja der Potenzwert, heißt Radikant. Das hier ist das Wurzelzeichen. Und das, was herauskommt, das nennt man Wurzelwert. Und der Wurzelwert gibt uns schließlich die Basis der Potenz wieder. Wenn wir so etwas übrigens haben, 3 hoch 4 ist 81, vierte Wurzel aus 81 3 hoch 4 ist 3. Dann können wir übrigens auch das hier wie folgt schreiben. Wir sagen, 81 ist ja 3 hoch 4. Das heißt, wir tragen für die 81 hier 3 hoch 4 ein. Und wir sehen, vierte Wurzel aus 3 hoch 4 ist 3. Dann hatten wir vorher, 3 hoch 3 ist 27. Und dritte Wurzel aus 37 ist 3. Dann können wir jetzt für diese 27 die 3 hoch 3 einsetzen. Und wir sehen, dritte Wurzel aus 3 hoch 3 ist 3. Allgemein können wir also sagen, machen wir aus der 3 ein x. Und aus der 4 ein n. Und dann sehen wir, n-te Wurzel aus x hoch n ist wiederum x. Die Potenz und die Wurzel heben sich gegenseitig auf, sofern n den gleichen Wert hat. Daher sagt man auch, die Wurzel ist die Umkehrung der Potenz. Sie macht sie rückgängig. Wer übrigens Probleme mit den Wurzeln hat, findet unter echteinfach.tv eine Software, mit der man üben kann. Hier seht ihr, zweite Wurzel aus 9 ist 3, weil 3 hoch 2 9 ist. Wenn wir jetzt die zweite Wurzel aus 16 einstellen, kommt 4 heraus, weil 4 hoch 2 16 ist. Selbstverständlich könnt ihr auch den Wurzel-Exponenten hier ändern. Zum Beispiel die dritte Wurzel aus der 8 ist 2, weil 2 hoch 3 8 ist. Ihr werdet übrigens feststellen, dass viele Werte oft Nachkommastellen haben, die dann gerundet werden. Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Noch ein Hinweis zur Schreibweise. Wenn ihr zweite Wurzel aus 9 habt, dürft ihr die 2 hier vorne auch weglassen. Also einfach nur Wurzel aus 9 schreiben. Das nennt man dann Quadratwurzel, genau wie bei den Potenzen, wo wir für hoch 2 Quadrat sagen. Also merkt euch, ohne eine Zahl hier drauf ist es immer die zweite Wurzel. Kommen wir als nächstes zu den Rechengesetzen. Vorher müssen wir uns jedoch noch den Zusammenhang zwischen Wurzel und Potenz klar machen. Nutzen wir hierzu das Beispiel zweite Wurzel aus 3 hoch 4. Und nehmen wir diese 3 hoch 4 mal auseinander in 3 hoch 2 mal 3 hoch 2. Erinnert euch, die Exponenten 2 und 2 werden addiert und wir erhalten die 4. Jetzt können wir das ausrechnen. 3 hoch 2 ist 9. 3 hoch 2 ist 9. Und wir erhalten zweite Wurzel aus 9 mal 9. Die 9 mal 9 können wir jetzt als 9 Quadrat schreiben. Und richtig, zweite Wurzel aus 9 Quadrat. Die beiden heben sich auf und es bleibt die 9 übrig. Als nächstes nehmen wir diese 9 hier runter und versuchen aus ihr eine Potenz herzustellen. 9 ergibt sich ja aus 3 mal 3. Wir können also schreiben ist gleich 3 hoch 2. An dieser Stelle wollen wir diese 2 verändern. Wir wollen aus ihr einen Bruch machen. Warum? Das seht ihr gleich. 2 hier runter und schreiben wir sie jetzt als 2 Eintel. Jetzt lasst uns diese 2 Eintel mal erweitern um 2. Wir erhalten für den Zähler 4 und für den Nenner 2. Also 4 halbe. Das sind ja 2. Jetzt tragen wir diese 4 halbe hier oben als Wurzel-Exponent ein. Schreiben also ist gleich 3 hoch 4 halbe. Und jetzt erkennen wir, dass 3 hoch 4 halbe das gleiche ist wie die zweite Wurzel aus 3 hoch 4. Schreiben wir die beiden mal nebeneinander. Und hier erkennen wir eine neue Regel. Wenn wir die Wurzel in eine Potenz überführen wollen, müssen wir folgendes machen. Wir schreiben hier den Radikanten, die 3, als Basis der Potenz. Dann nehmen wir diese 4 hier als Exponent und wir nehmen diesen Wurzel-Exponenten, die 2, als Nenner des Exponenten. 4 geht nach oben. 2 geht nach unten in den Bruch. Das heißt wir erhalten 3 hoch 4 halbe. Und allgemein machen wir aus der 2 ein a. Aus der 2 ebenfalls. Aus der 4 ein b. Hier ebenfalls. und aus der 3 die Variable x. Und das ist unsere neue Regel. a-te Wurzel aus x hoch b ist das gleiche wie x hoch b a-tel. Mit dieser Regel können wir uns viel Rechenaufwand sparen. Zum Beispiel sagen wir, ihr bekommt die Aufgabe, berechne die vierte Wurzel aus 3 hoch 8. Einige würden dann erstmal die 3 hoch 8 ausrechnen, würden dann auf 6561 kommen und daraus die vierte Wurzel scheint etwas schwierig zu sein. Stattdessen können wir diese Regel hier anwenden. Das heißt wir wandeln diese Wurzel in eine Potenz um. Und zwar steht dann da, dritte Wurzel aus 8 Viertel. Und klar, 8 durch 4 ist 2. Wir können also schreiben 3 hoch 2. Und 3 hoch 2 ist wiederum 9. Wie ihr seht, sind wir so sehr schnell auf unser Ergebnis gekommen. Falls ihr übrigens mal eine Wurzel habt, wie zum Beispiel Wurzel aus 9 und sollt die in eine Potenz umwandeln, dann wisst ihr ja, erstmal geht es hier um die Quadratwurzel. Also schreiben wir zweite Wurzel aus 9. Dann machen wir aus der 9 eine 9 hoch 1. Denn laut Potenzgesetz ist 9 hoch 1 wieder 9. Und jetzt haben wir diese Form hier, a-te Wurzel aus x hoch b, also zweite Wurzel aus 9 hoch 1. Und wir können umwandeln in 9. Wurzel hoch 1 halb. Und ganz klar, wenn ihr mal einen Wert habt, wie zum Beispiel x hoch 1 Drittel, dann wisst ihr, das ist die dritte Wurzel aus x. Und hier für die 3 könnt ihr alle natürlichen Zahlen einsetzen. Also ihr könnt auch jetzt als Variable allgemein formulieren, x hoch 1 ente ist dann ente Wurzel aus x. Gut, machen wir weiter mit der Multiplikation von Wurzeln. Wenn ihr so etwas habt wie a-te Wurzel aus x mal a-te Wurzel aus y, dürft ihr rechnen, a-te Wurzel aus x mal y. Ihr dürft also die Wurzel auf beide Faktoren ziehen. Warum ist das so? Schauen wir mal. Um das nachzuweisen, wandeln wir die beiden Wurzeln in Potenzen um. Wir wissen, dass wir hier aus x ein x hoch 1 machen können und aus y auch ein y hoch 1. Jetzt können wir den Wurzel-Exponenten in den Exponenten ziehen und als Potenz schreiben. Wir erhalten x hoch 1 durch a mal und hier y hoch 1 durch a. Jetzt erinnern wir uns an die Potenzgesetze. Da haben wir gelernt, dass wir einen gleichen Exponenten auf zwei verschiedene Basen ziehen dürfen. Das heißt, wir erhalten ist gleich klammer auf x mal y klammer zu hoch 1 a-te. Und an dieser Stelle wandeln wir den Exponenten wieder zu einer Wurzel um. Das heißt, wir erhalten a-te Wurzel aus x mal y hoch 1. Die hoch 1 können wir wegnehmen. Und auch die Klammer. Und wir erhalten a-te Wurzel aus x mal y. Genau wie hier oben. 1 1 1 1 2 1 2